ja hallo leute ich grüße euch mein name ist contacto von lost place techno und wir sind wieder unterwegs auf der suche nach meinem neuen projekt lost place techno und ja ich bin hier auf einem alten bauernhof habe ich gefunden und dann wollen wir mal gucken ob das was für uns ist und wenn ihr bock habt bleibt einfach dran wie ihr seht ist hier alles verriegelt die türen sind zu das heißt wir möchten natürlich auch nicht einbrechen das gehört sich natürlich nicht wir gehen nur rein wenn irgendwo was offen ist hier ist alles verriegelt hier ist leider alles leute das muss wohl mal eine alte garage gewesen sein hier ist noch eine grube also so so Hier ist irgendwie noch ein kleines Lager, hier steht noch eine alte Truhe, Stromkasten, hier steht schon offen, wow. Ja Leute, wie ihr seht, stehen wir hier in der Halle, wunderschön. Und ja, jetzt nehme ich euch mit und wir stöbern hier ein bisschen. Und ja, jetzt nehme ich euch mit und wir stöbern hier ein bisschen. Hier sind noch jede Menge Urkunden an der Wand. Könnt ihr das lesen? Freibier gibt es morgen. Da geht es gleich auch weiter. 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 Dann gucken wir mal, wo es hier hingeht. Hier steht noch ein alter Hocker. Nagelneu, eine ganze Palette voller Lampen. Eigentlich schade drum. Dann machen wir doch heute mal Reibekuchen nach Omas Rezept, würde ich sagen. Oder? Hier stehen noch Farben drin. Hier ist noch ein schönes Bild. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ich bin wieder offen. Das war's. Das war's. Die Hocker Bosch Bist trap. Das war's. Das war's. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja Leute, das war es auch schon wieder hier mit dem kleinen Lost Place, mit dem Bauernhof. Ich sage mal, für das Projekt, für mich, gefällt es mir nicht, ist nicht spektakulär genug. Von daher mache ich mich weiter auf die Suche. Ja, ich freue mich natürlich wieder über den Support von euch. Also, Daumen hoch, ein Like da lassen, ein Abo vielleicht, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Und ja, dann seid gespannt, was als nächstes kommt. Ich bin raus, wünsche euch alle noch eine schöne Zeit. Bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020